Tschüss auf uns. Oh, wir haben getroffen. Main Road Station. Siehst du woher? Das ging in den Kämpfen. Ja, da steht zwei Wotnicks mitten im Wald. Mein Gott, dann werden sie aus von sterben. Soll ich die Geschichten erzählen aus meiner Kindheit? Ja. Ich lernte die schon mit der Taube. Aber nicht aus deiner Kindheit. Ja, aus meiner Kindheit. Wir sind ja hier in Steroje. Damals... Damals war das noch schön aus. Steroje heißt hier alt, sozusagen. Das heißt Steroje Sabor. Das heißt nicht Steroje, das heißt Starisabor. Also alte Sabor. Und daneben an gibt es neue Sabor. Und damals gab es das neue Sabor noch nicht. Damals gab es nur dieses hier. Wir haben hier gespielt. Das war hier mein Kindergarten. Auf dem Berg sind wir immer im Winter so Schnee. Also wenn Schnee lag sind wir rumgefahren mit Schlitten. Wie nennt man das? Schlitten? Aber damals hatten wir eigentlich gar keine Schlitten. Wir mussten uns einfach so Holzbretter nehmen. Und uns an denen festhalten. Das Schlimmste war, wir hatten keine Handschuhe. Wir mussten wirklich so... Mit... Mit den bloßen Fingern und Händen uns da festhalten. War schon kalt, so wenn man die ganze Zeit da mit bisschen... Weil das Schlimmste war, wenn du mal Pech hattest, kommst du mal weißt du... Haben so nen Hügel und dann zack hat das dir die Finger sofort eingeklemmt. War nicht schön, war nicht schön. Hier ist Fabi gestorben. Aber... Ich bin zumindest bis zum Ende im... Oh hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Wo seid ihr? Das ist Gorka? Ich bin grad am neu spawnen, weil ich... Oh hier ist ein von Auto. Am die gekillt wurde. Bei euch in der Nähe könnte ich mich gleich abholen. Ja. Ey mal Gorka an, hier war grad ein Auto oder so. Hast du die Staubwolke gesehen? Ja. Kamen die von dem Auto? Da war ein Little Bird auf jeden Fall, hat da rumgestanden, wenn du bis es von da kam. Wo? Ja direkt an der Straße. In der Nähe vom Staub direkt. Oh no. Okay. Ich bin hier im Ball. Ich bin grad nach Gorka rein an die Hauptstraße. Oh hier ist einer. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja. Hier saß einer in der Tanne mit einer M14 Aim und drei Keys. Okay. Ich bleib mal hier im Busch. Ein Little Bird steht da jetzt, welchen du meinst. Zombies hauen dazu, pass auf. Ja das bin ich. Hat der denn Gilly oder so? Ne der hatte so Rocker Skin. So ein Blood Pack oder sowas? So grade? Ne. Doch der hatte ein Blood Pack. 2 sogar. Brauchst du eins? Jaja das war gut. Ich geh mal, ich nehm hier mal ne erhöhte Position ein. Vielleicht ist hier noch jemand. Also das war ein extrem. Soll ich erst checken ob der Key für Little Bird funktioniert? Jaja einmal kurz vorbei laufen. Er hatte 5 Keys dabei der Typ. Ich glaub hier ist noch mehr. Ich glaub nicht dass er der einzige war. Hier ist ne Base auch. Fällt mir grad mal auf. Ist die offen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall der Little Bird würde funktionieren. Oder? Ne. Bin mir nicht sicher. An der Base Rage, du hast hier's mehr in der Base. Ok ich komm ich komm ich komm. Ach. Ist das die Scheune? Ja ne? Ja. Ich bin rechts von dir. Da ist ein Fenster. Kann man da durchschießen? Ne. Da ist ein Ding ins Hinter. Warte hier ist ein offenes Garagentor. Oh ja. Kannste hier aufmachen? Da ist Auto. Ne das ist keine Tür. Ne auch nicht. Den Mozzie? Guck mal den. Da ist einer. Da ist einer am Heli. Echt? Ja. Ich hab den getötet. Zweimal getötet. Wollte tot sein. Wo ist er hin? Der läuft. Nochmal getötet. Auf jeden Fall tot sein. Der lebt noch. 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 Ich kann ja nichts sehen. Jetzt müsste der gestorben sein. Kannst du die Zombies einmal bitte ausschlafen? Ich kann ja das ATV anlocken. Ja besser wäre die Zombies einmal. Ich hab nur ne Hälfte Blut leider. Warte ich komme. Ich loote. Wenn ich jetzt immer falle werde ich wahrscheinlich sterben. Lauf in den Wald in der Tanne. Lauf in den Wald einfach schnell. Die alle getötet. Ich verarzte mich hier eben. Wo war denn der? Wo kam denn der her? Das war jetzt mal serious. Aber wir haben den auf jeden Fall gut ausgeschaltet. War super Teamplay wieder mal. Ich weiß nicht wo der herkommt. Vielleicht hat er nie weiß. Oh Gott. Ich traf ja die Zombies echt nicht ne. Ja lass ich ihn einmal kurz hitten. Warte. Die sinken so übertrieben rum. Ich hab keine Hunde. Ich hab nur noch schon von ihm. Also der ähm. Little Bird sagste ist nicht Flieg Einsatzbrüder. Soll ich mal fliegen? Ne Heckrotor ist kaputt und alles. Vielleicht hat der irgendwas zu reparieren dabei. Coyote. Hast ne M240. Wieder ein Key. Nehmen wir den Key. Was denn? Ach ne M40 im Rucksack. Guck mal kurz auf den Elbert. Ja ich kann jetzt anlocken. Ok. Kannste. Ist allerdings kaputt. Komplett? Ja also der ist äh. Einmal als hätte der eine Notlandung gemacht halt. Der braucht. Ja wir bräuchten Engine und Heckrotor. Sprit hat der noch. Wir können mal gucken. Hier ist ja ein Ding. Hier ist ein. Ich kann trotzdem noch starten. Ok. Wir bräuchten dann höchstens noch einen Heckrotor. Ja dann lass einfach losfliegen. Zum Trader Zone. Du dann fliegen? Ja ja. Wenn du flamest du mich wieder von wegen. Ja mhm. Ja du weißt nicht. Ich bin der beste Pilot den es gibt. Kannst du auch ohne Heckrotor fliegen. Ich kann fliegen sogar ohne Motor. Glaub ich dir nicht. Ich mach ihm noch 8 Player. Ein Key war auf jeden Fall noch für das ATV da in der Base. Hat sogar noch funktioniert das ATV. Ah hör mal der ist doch fast ganz hier. Aber wir können den repaaren für wieviel? Sechs Gold glaub ich. Und dann ähm. Du startest schon. Warte. Oh das wird schwer ne. Das wird schwer. Ja mach Sachen. Jo jo. Deswegen sollst du ja noch nicht starten du Depp. Ich muss hochfliegen. Ich muss. Oh Gott alter. Oh man ey. Good job Tucker. Ne das ist nicht. Er ist nicht fliegbar. Ich hätte das geschafft aber nein. Lass mich fliegen. Warte warte warte. Ne das ist nicht machbar. Rejectest du jetzt nicht ne? Du sollst einfach wieder Autover anmachen und immer wieder. Oh die ist ja noch ein Toter. Das geht nicht. Das geht nicht. Guck dir das mal an was der macht. Ich hätte es geschafft. Aber nein. Lass mich fliegen. Guck mal ich lenke mit mit zweimal links dagegen. Einmal mit A und einmal halt mit. Ja der hat ein Scrap Metal in seiner Leiche gehabt. Ist das dein Ernst? Ja. Soll ich versuchen zu landen? Ja bitte. Der hat so ein Engine. Main Rotor. Alles dabei. Komm mit. Ich versuch den erstmal hier hin aufs Fels. Jo 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 jo. Achtung. Turbulenzen. Turbulenzen. Bitte schneiden sie sich. Wo sind die Stewardisten? Ich möchte Stewardisten. Du musst erst Speed aufbauen und dann Schnelllandung machen. Warte warte ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh das wird ne böse Landung. Das wird ne böse Landung. Das wird ne böse Landung. Das ist alles gut. Ne. Ich muss noch mal. Dann bin ich kaputt gehen. Du solltest weg von mir ne. Am besten. Oh ja. Ich bin schon. Ich musste noch einmal hin. Was steht da neben mir so ein scheiß Baum? Ich muss einmal. Einmal. Ich muss noch einmal. Ich muss noch einmal. Ich muss einmal nur. Nein nein. Oh jo 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 jo. Wör mal ey. Das ist. Das ist kein. Ja. Du bist einfach nur schlecht. Gibst zu. Hörst du mal. Ist nicht schwer dafür. Ich hätt's geschafft. Locker. Oh nein. Jetzt. Warte. Das wird. Das wird die. Ich werd den Baum hinten. Oh je. Oh oh. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Schnell Motor. Nein nein. Engine out. Egal. Kein Ding. Passt. Jawohl. Ok ok ok. Ich komme und repariere. Er dreht sich nur ein bisschen. Ja egal. Mal. Ja mal. Das war ne Landung ey. Ich hab mit allem Gehen gelenkt. Sofort reparieren. Ich weiß nicht ob wir Luft verlieren. Luft verlieren. Wir verlieren Luft. Wir greifen werden glatt. Wir verlieren Luft. Ähm. Wo kann man denn. Wo ist die in der Trader Zone in Nieder? Nach Staroye. Da könnte man den gegen Geld reparen. Hast du Geld dabei? Wir haben Waffen dabei. Der rutscht nebenbei. Auch. Egal. Also ich lieber fliegen. Nein nein. Ich kann das. Ich hab eben. Wir haben eben. Zum ersten Mal. Eine AC 130 gefunden. Oh Mann. Halt's Maul. Die hat mal für ungefähr wie lang? Zehn Sekunden? Ich bin diesmal nicht geflogen. Ja an mir langs nicht ja. Der Omuka ist geflogen. Der hat's dann wieder rausgeschnitten. Ich war's dir. Hehehe. Hehehe. Echt alles repaired ne? Ja uns fehlt noch Avionics und äh. Missiles. Und hier Gläser. Jetzt fliegt sich das doch durch. Stromleitung! Wow! Alter. Boah ich wollte auf der Map du sagst. Der Wotnik fährt gerade auf den zwei Balota rum. Aber wir verkau... Warte. Können wir... Wo können wir den verkaufen? Sehr viel Dealer. Wir könnten nach N... Zum NWA und danach dann zum äh. Lopatino Trader. Oder beim äh. N.O.A. Und dann zum Clan Trader. Aber ich glaub Lopatino ist besser. Oh. Tschüss auf uns. Oh. Wir haben gekoffen. Main Road dazu. Siehste woher? Lass gegen den kämpfen. Ja da stehen zwei Wotniks mitten im Wald. Echt? Wo? Also auf dieser kleinen Lichtung. Dreh doch nicht nochmal dahin! Das ist verrückt! Siehst du den? Ja hinter uns. Das sind zwei Fahrzeuge oder so ne? Ja sag ich ja. Zwei Wotniks. Oh mein Gott. Wir werden sowas von sterben. Wir können uns ja jetzt nicht mehr sehen. Schnell ausstehen ja. Hast du eine dicke Waffe oder willst du meine haben? Schließt du den ab? Schließt du den ab? Ja. Ja. Hat er aus dem Wotnik geballert? Nein. Oder? Wir sind gerade bei Koordinate 99, 83. Ja. Die Leute die es interessiert. Hm. Ich versuch den rechts umgehen. Wir werden den jetzt weg holen da. Da sind Zombies. Ich seh schon die Zombies von denen. Aber ich seh nicht den Wotnik. Das bist du der da frontal drauf zu läufeln. Ich läuf mich hin. Ja. Und das wirst du. Ich lauf mich rechts von dir. Ich geh ein bisschen beheben. Das war aber nicht diese Lichtung. Das war eine weiter ne? Ich glaub das war die hier. Ja. Ich glaub das war eine weiter hoch. So eine links hoch war die. Tommy Garage. Ich glaub ich hab gleich auch das Problem. Genau das war die genau nach östlich. Wenn du östlich durch die Bäume guckst da ist noch ne Lichtung. Und da waren zwei Fahrzeuge. Einer ist auf dem Berg gelandet noch. Landet? Ja da ist ein Helikopter auf dem Berg noch zusätzlich gelandet. Da seh ich dich hochlaufen. Hörst du den nicht? Doch aber das ist ein Mozzie. Der ist ziemlich weit weg. Echt? Ich mein der ist da umgelandet. Ich lauf jetzt auch durch den Wald. Wo? Ich seh den Wotnik einen. Ne es ist ein SUV. Frage ist. Kämpter oder ist er uns entgegen gekommen? Wir sind aneinander vorbei gelaufen. Oh mein Gott der ist hier. Oder bist du ein normaler Survivor? Nein nein nein. Ich hab ein Skin. Was für ein Skin? Solche. Ich bin nicht bei dir. Die ganze Zeit direkt hinter dem gestanden. Lol. Und hab die ganze Zeit noch gefragt ob du das bist. Fliegen noch rüber tote Zombies im Wald. Weiß nicht ob die jetzt von dem waren. Der hat auf den SUV gesniped. Der hat einen Key bei sich. Ok warte noch. Ich bin oberhalb des Berges. Oh auf mich wird geschossen. Lebst noch? Hast du die Schüsse gehört? Ja ja. Noch lebe ich. Kannst du nach oben laufen oder nach unten? Ne ich bin jetzt glaube ich in einem Baum fest. So ich lauf mal jetzt nach oben hinter Tannen. Ok. Ich bin oben mitten auf dem Feld. Ich komm dir entgegen. Da ist eine einzige Tannen da. Da kann ich jetzt rein hüpfen. Jo ich seh dich. Ich seh dich seh dich. Der war irgendwo in die Richtung wo ich gerade gucke. Ok ok. Dann laufen wir nach rechts hinten weg. Nach rechts hinten weg. Nach rechts hinten? Dann sieht der Berg runter oder was? Nein nein nein. Ich meine nach oben nach oben nach oben. Also von dir aus gesehen. Ich wechsel Waffen. Nein ich hab meine Waffen. Ich kann die nicht mehr wechseln. Kannst nochmal schießen. Um den anzulocken. Du schießt. Ja da ist er. Oh mein Gott der hat mich angeschossen. Nein nein er schießt. Ich wusste halt nicht ob du oder der schießt. Musst du sagen wenn du schießt. Er hat jetzt gerade geschossen. Ok lebst du noch? Ja noch lebe ich. Hab mir die Beine gebrochen. Ok ok. Ich seh glaube ich. Er kommt hier her gerannt. Ich hab den gehitet. Ich hab den gehitet. Hab dem auch die Beine gebrochen. Hab den gehitet. Nochmal. Er ist tot. Ich blute. Ich blute. Aber der ist tot. Bist du noch ohnmächtig? Ähm ne ne ich lebe. Ich verbinde mich. Kannst dich verbinden? Ja ich bin schon. Am Morphine geben. Ich hab den zweimal zum Glück. Ich hab dann sofort die Beine gebrochen. Ich hoffe die waren nur zu zweit. Ich bin jetzt hier an seiner Leiche. Ich bete. Was bist du? Ich bin ja. Ich bin recht Sonja. Ich sehe aber jetzt. Sieht alles clear aus. Guck mal ob der noch nen Key hat. Ich renne so lange schon mal zum SUV. Wir sagen gar keine Wortnex. Es waren zwei SUVs. Loll. Dem Air Max hat der ne. Für einen SUV hab ich schon mal den Key. Der andere hat der vielleicht auch nen Key. Der hat keinen Key. Der eine SUV haben wir jetzt. Okay. Aber nen K-Wiel. K-Wiel haben wir. Guck mal was nen SUV drinne war. Äh. Ja. Ja. Nochmal nen K-Wiel. Ein SUV-Magazin. Ach du Schande. Ich hab jetzt als Versatzwaffen ne M14. Hol dich mal ab ne. Jo. Hide Buddy. Heiden? Ja ja. Wo hast du den anderen? Direkt daneben. Hier neben? Ja ja. Direkt hinter dir. Vielleicht hab ich den falschen gelootet. Der hat ne M249. So. Den hast du nämlich. Ja das hier ist der andere. Das hier ist der den du getötet hast. Hat der noch nen Key? Ja der hat nen Key. Ja der hat nen Key. Ja der hat nen Key. Soll ich ihn wieder nehmen oder? Ja ja nimm du beide dann. Guck mal eben. Kannste eben drunter laufen. Ich hab die Max genommen. Essen trinken nämlich auch. Kannst mir noch mit. Lass eben bandagieren. Lass zwei Wotnicks mitnehmen. Das wir für Aufnahmen einfach was haben. Obwohl ne oder? Ich könnte auch vier Wotnicks kaufen. Ok losfahren. 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 Gehen zum Mittelbett. Wo war der jetzt? Warte warte. Ich glaub ich kenn den nicht. Jo Leute. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ja dann lasst doch bitte einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skuma. Und unten habt ihr die letzte DayZ Folge. Haut klein. Bis zum nächsten Mal.